Das ist in der Mitte da drüben, die einzig auf Deck 8. Ah, das sind die Außenkabinen. Wir sind vorne und draußen. Und Matthias, wie gefallen dir die Kabinen? Mir gefallen die Kabinen sehr, sehr gut. Auch hier vorne mit der Außenkabine, wo man auch direkt hier auf die Spitze gucken kann. Ich finde es stimmt. Ja, das ist fast wie eine Balkonkabine, bloß dass man halt nicht raus kann. Die 8.001 würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die ist echt so genial. Schön groß. Hat halt bloß kein Balkon mit dabei. Die Nespresso Maschine ist wie überall dabei.